Hallo, ich bin Miriam-Laura Franke, ich bin gelernte Physiotherapeutin und auch gelernte Tierarzthelferin. Ich habe jetzt seit Mai 2012 meine eigene Praxis für die Physiotherapie, mache auch Akupunktur, Blutegeltherapie, Unterwasserlaufband. Ich behandle Pferde im Stall, fahre natürlich dann in die Ställe und behandle die vor Ort. Und hier in der Praxis habe ich die Möglichkeit, Hunde und Katzen physiotherapeutisch sowie mit dem Unterwasserlaufband oder mit dem Intraschallgerät und auch akupunkturtechnisch zu behandeln. Ich würde gerne den K-Laser erwerben, weil ich viele geriatrische Patienten habe, wo ich mit den Möglichkeiten, die ich bisher habe, mit dem Intraschallgerät oder mit dem TENS-Gerät, nicht immer weiterkomme. Und ich habe halt viele gute Sachen über den K-Laser gehört, super Behandlungserfolge gesehen und deswegen habe ich mich entschlossen, den K-Laser auch zu kaufen. Man kann super gut Sehensachen behandeln. Pferde haben oft Sehenschäden oder halt bei Hunden, die Bandscheibenvorfälle haben, kann man super gut halt auch diese behandeln mit dem Laser. Oder bei Arthrose-Patienten, die ich sehr halt häufig in der Praxis habe, da kann ich sehr gut mit dem K-Laser arbeiten. Also die Patienten, an denen ich den K-Laser angewendet habe, die waren alle sehr ruhig, haben sich entspannt und haben diese Behandlung sehr genossen.